Hey, ich bin die Savine, komme aus dem schönen Allgäu, bin 30 Jahre alt, verheiratet und wir haben einen Sohn und ich zeige euch die Welt von Sensi. Die habe ich kennen und lieben gelernt im Oktober und wollte mir nur das Starterpaket holen, dass ich alle Düfte da habe, weil ich nicht wusste, was für einen Duft die bestellen soll und hier kennen das eben viele noch nicht und ich habe hier keinen Berater in der Nähe gesehen, gefunden, keine Ahnung, ich habe mir es einfach bestellt und dann waren die Sachen da und ich habe dann einfach losgelegt. So, jetzt stehe ich hier und zeige das euch und ja, Sensi ist eine sichere Alternative zu herkömmlichen Kerzen, man kann sich nicht verbrennen, man hat keinen Rauch, keinen Ruß mehr, gerade wir haben eine Katze mit Kleinkind-Haustieren, ist das halt super, also man kann sie nicht verbrennen, das Wachs ist auf Lebensmittelbasis, kann auch nichts passieren, also wenn man reinlangt, man verbrennt sich nicht, wenn man an die Lampe hin kommt, verbrennt man sich nicht oder wenn meine Katze oder mein Kleiner hier rein schlappern würden, also es kann nichts passieren und ich muss keine Angst haben. Endlich kann ich da auch einfach das laufen lassen oder anmachen, ohne dass ich Angst haben muss, wenn jetzt schnell jemand klingelt, Postbote kommt oder ich irgendwo hingehe und mit offener Flamme, jeder weiß das wahrscheinlich, wo ein Kleinkind hat, geht das halt nicht. Und darum finde ich es umso schöner, dass ich Sensi kennengelernt habe, weil es ist unglaublich, was die für schöne Duftlampen haben, das ist echt, zu jedem Einrichtungsstil passt das und das fand ich halt mega. Man hat echt voll schöne Deko, man hat Licht und Duft in einem, 3 in 1 und ich finde das super und ich bin so begeistert und ich will allen Leuten noch zeigen, die wurden es auch nicht kennen, so wie ich, also ich habe es auch nicht kannt und was es alles Tolles gibt. Ich zeige euch, was ich mir mittlerweile alles angeschaffen habe, was es alles gibt und ja, ich würde sagen, ich mache mal das Licht oben auf und werde die Lampen mal nach und nach anmachen. Es ist halt leider hell bei mir, jetzt sieht man das gar nicht so gut, als wenn es dunkel ist. Die werfen auch ganz schöne Schatten an die Wand, gerade hier diese Sterne, das ist die von meinem Sohn, der hat im Schlafzimmer, ich habe mir gerade alles zusammengesucht, weil es bei mir in der Wohnung ja verteilt ist und ja, ich würde euch das mal zeigen, was es alles gibt. Wir haben welche, ihr seid so weit weg, gell? Ihr müsst euch fast umdrehen und das zeigen. Wir haben welche, die mit Glühbirnen beheizt werden und welche, die eine Heizplatte haben. Wir haben hier so eine schwarze Heizplatte. Ich werde es euch dann später noch zeigen, wie es von näher dran ausschaut und wer Fragen hat, darf sich immer gerne melden. Und ja, wir haben auch einen Diffosa, soll ich den auch schon mal anmachen und euch zeigen oder soll ich erst mal auf die Lampen eingehen. Ich kann auch erst die Lampen machen. Wir haben Lampen in allen Lampen jetzt so eine große, kleine, viel Wandsteckdose, kleine Minilampen mit so einem Unterteil zum draufstellen. Die kleine kann ich euch dann auch mal noch zeigen von näher dran. Ich hole euch mal her. Das ist einmal diese kleine Wandsteckerlampe, die ihr habt. Dream it, live it, love it. Wenn ihr es ausmacht, schaut die so aus. Dann ist das meine Lieblingslampe. Aktuell, die habe ich im Esszimmer. Die Mini, also die große, die Edgecore, ein Roségold. Ich habe auch so schöne Roségold Deko, das passt so super zu mir rein und ich liebe sie. Also die ist so schön. Dann habe ich die, wo im Kinderzimmer ist, die You are my Sun, my Moon and all my Stars. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Ich muss das echt, glaube ich, umdrehen, extra Video machen, dass ich euch das richtig zeigen kann. Dann habe ich hier noch die Alabasterlampe. Die hat eben diese Heizplatte. Und oben kommt dann immer der Duftwachs rein. Das sind diese Bars. Ich mache euch hier mal wieder fest. Genau, das sind diese hier. Die kommen immer mit Duftwachs ein. So eine ganze Bar kostet 8,50. Sind nochmal 8 Würfel drinnen. Und aktuell jetzt nur noch im Januar, nur noch bis heute, heute Sonntag, nur noch heute gibt es die 10% Rabatt auf alle Bars, auf alle Düfte. Dann zahlt sie nur noch 7,65 für diese Düfte. Da kommt dann immer ein oder zwei Würfel, je nachdem wie viel man will. Oder bis zu vier Würfel, kann man die großen rein. Ich habe immer ein oder zwei, je nachdem. Kommt da ein Wachsöffel, bricht man einfach so raus. Und ja, das sind die Bars. Gibt es in über 80 Düften. Also da findet garantiert jeder seinen Lieblingsduft. Wer da Interesse hat, ich kann gerne Duftpost zuschicken. Ich habe eine Tasche zum Ausleihen. Ich habe auch Lampen, groß und klein, zum Ausleihen. Extra mir welche nochmal zugelegt. Oder auch ab und zu meine private eigene, wenn die andere gerade unterwegs ist. Können sie gerne mal unverbindlich austesten, ob das was für euch ist. Weil die werden alle mit einer Steckdose oder mit so einem Netzteil eben betrieben. Und wenn man da nicht weiß, wo sind meine Steckdosen, wo kann ich sie hinstecken, wo habe ich Platz, gefällt mir das. Passt mir das vom Duft her, wie verteilt sich das im Raum. Also wenn es jemand gerne austesten will, der darf sich sehr gerne bei mir melden. Und ja, ich würde mal sagen, ich mache hier mal einen Cut. Und werde euch gleich noch ein weiteres Video machen. Bis später. Tschüss.